Emirates fliegt länger mit dem Airbus A380 als erwartet. Aeroflot ist nun auch von SkyTeam suspendiert worden. Aber 20.000 Meilen könnt ihr bekommen, und zwar mehr als 20.000 Lufthansa Mights & More Meilen mit einem Digital-Abo. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran, dass ihr unseren Kanal nach vorne bringen könnt, indem ihr uns abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und unten kommentiert. Danke dafür. Und morgen ist der Stammtisch in Berlin. Denkt einfach dran. 28. Jabe Gastronomie. Südafrika ist gebeutelt und es ist weiter gebeutelt worden, bei dem der Flughafen Johannesburg das Problem hat, dass Kerosin knapp geworden ist, beziehungsweise sogar ausgehen wird. Und der Grund ist am Flughafen, dass in der Provinz Quasulu-Natal, da ist eine Eisenbahnstrecke, die ist gekappt worden. Und das Portal FIND24 sagt, dass diese Schäden durch Überflutung gekommen sind. Und das liegt halt einfach daran, dass das Kerosin von dem Hafen in Durban zum Flughafen nach Johannesburg, was ein bisschen im Landesinneren ist, per Zug gebracht wird. Und deshalb sind auch nicht alle Fluglinien gleich stark betroffen. Warum, verstehe ich auch nicht. Aber United hat ja zum Beispiel am Sonntag schon den Flug nach Johannesburg abgesagt, von Nuwak aus, weil man auch diese Versorgungsengpässe hingewiesen hatte. Man hat noch Reserven am OR-Tambo-Flughafen. Ihr erinnert euch, ich habe die Lounge dort besucht letztes Jahr. Ja, war irgendwie um diese Zeit, März, April. Ja, auf jeden Fall hat man halt am Montag noch für drei Tage Treibstoffvorräte gehabt. Es gab Ende März auch so eine ähnliche Situation. In Luxemburg gab es sowas auch. Aber da war es nicht, weil die Bahnsprecke kaputt war, sondern weil das einen Pipeline-Schaden gab. Da gibt es eine Pipeline. Frankfurt ist ja auch mit einem Pipeline verbunden. Lufthansa und Swiss fliegen den Flughafen ja auch an, wie ich sehr oft selber auch ausprobiert habe. Die 747-8 oder die Trippe 7 von der Swiss. Und da muss man sich einfach gucken, warum. Übrigens hat die Swiss damals den Trippe 7, diesmal die 340, eingesetzt. Die mussten beide einen Zwischenstopp machen in Windhoek. Das ist die Hauptstadt von Namibia. Und dann kamen die Reisenden nicht wie morgens üblich um 6 Uhr an, sondern um 8.20 Uhr. Und es wird auch so sein in den kommenden Tagen. Und das ist ganz einfach deshalb, weil es halt am Otambo-Flughafen keine Treibstoffe mehr gibt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und da müssen wir einfach mal gucken, was da passiert. Man nennt zwar kein Datum bei der Lufthansa, da war es auch so, dass die Kerosinversorgung halt das Hauptproblem ist. Und diese extremen Umwetter. Und insofern muss man halt einfach gucken. Es sind auch 400 Menschen vor Ort ums Leben gekommen, leider. Und da muss man halt einfach auch gucken, wie die Infrastruktur dort wiederhergestellt werden kann. Boeing 777-X. Ich habe es ja schon angedroht in einer meiner Sendungen, aber jetzt kam aus Chicago das offizielle Statement. Man sagt, es sind Folgen des Ukraine-Krieges, aber auch heraus hausgemachte Probleme, die man selber gemacht hat. Und man hat halt einen Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar bei Boeing gemacht. Und ein Jahr zuvor waren es 561 Millionen. Das ist halt ein Riesenproblem, was die da haben. Das Problem ist halt die Zertifizierung des Flugzeuges. Und man rechnet jetzt auch damit, dass es das, was halt vorher durchgesichert ist, weil Boeing das auch schon den Lieferanten gesagt hatte, dass das erste Exemplar der langen Version der 777-9 erst im Jahr 2025 ausgeliefert kann. Diese Verzögerung betrifft uns natürlich als Lufthansa-Kunden. Warum? Weil da die neue Business Class eingebaut werden sollte. Kommt nicht mehr. Und man hatte das Ganze ja schon auf 2023 verschoben. Gab davon eine Milliarde mehr Belastung. Dann wird es nochmal 1,5 Milliarden mehr kosten, weil es nochmal verschoben worden ist. Und das ist halt ein Riesenthema in meinen Augen. Warum? Ganz einfach. Weil natürlich die Flugzeugabnehmer Emirates allen voran nicht happy ist. Also insofern ein Riesenproblem. Kann natürlich jetzt schreiben, nimm die A350er, da habt ihr weniger Probleme. Naja, na gut, Kata wird da jetzt was anderes sagen. Aber das ist halt jetzt offiziell, dass das Programm wirklich fünf Jahre und mehr verspätet ist. Ist das ein Flugzeug, auf das ihr Händering wartet, die 777-9 sagt, Hey, die Bude will ich haben, mit der will ich fliegen. Oder sagt ihr einfach, mir egal, hauptsächlich kommt von A nach B. Kommentiert unten einfach. Freue mich auf eure Antworten. Emirates hatte ich ja schon genannt. Und dadurch, dass das Flugzeug, die 777-9, nicht vor 2025 kommt, wird man im Golf etwas unruhig. Man hat ja zum Beispiel in Form von Sir Timothy Clark gesagt, Wir werden das Ding stornieren und die können uns mal. Aber eine Auswirkung ist, dass der A380er länger fliegt. Gründe, die man am Golf nennt, sind halt fehlende Ingenieure, Konstruktionsmängel und halt die strenge Aufsicht, die Boeing da einen Strich durch die Rechnung machen. Und man schleudert da vor sich hin. Und Boeing sagt ganz einfach, 2025. Daraufhin sagt Emirates, na nun gut, da müssen wir halt gucken. Man werde 67 statt der 52 Airbusse A380 mit der neuen Premium Economy ausstatten. Also 15 Stück mehr. Dann sagt man, dass man die Teilflotte der 777-300ER auch umrüsten werde. 53 Stück, das ist dieselbe Anzahl. Aber die ersten 115 777-9, die nach dem Vertrag jetzt fünf Jahre später kommen, also das ist ein zugesicherter Termin, sagt man bei Emirates, 2024, 2025 und 2026 wird für uns ein Problem, weil da haben wir Lücken. Und das ist ein Problem. Was will man machen? Man will halt 80 der 118, schwierig, aktiven A380 und 40 bis 50 Boeing 777-300 die Nutzungsdauer anheben, um jeweils sechs bis zehn Jahre, einfach da, um sich Reserven zu schaffen. Und jetzt sagt man ganz einfach, ja, was passiert mit dem A380? Warum ist das ein Problem? Ganz einfach deshalb, weil ein Flugzeug gewisse Zyklen hat. Ein Zyklus ist ein Start und eine Landung. Und der A380 zum Beispiel hat 19.000 Zyklen, kann also 19.000 Starts und Landungen machen, dann muss es einen sogenannten Cycle-Kit geben. Und man möchte den jetzt auf 25.000 bis 30.000 Zyklen erhöhen, um den Doppelstöcker länger in der Flotte halten zu können. Und klagt wäre nicht klagt, wenn er nicht direkt gesagt hätte, stornieren wir ein paar von denen oder kürzen wir denen. Also da wird noch was kommen. Und die 150 Stück, die man eh bestellt hatte 2019, sind sowieso auf 126 reduziert worden. Und elf Stück muss man noch bestätigen. Und des Weiteren sagt man ganz einfach bei Emirates, dass man das Netzwerk von Emirates in 2023 auf das Vorkrisenniveau wieder ansteigen lassen möchte. Und dann sind auch die 50 A380, die im Storage sind, auch wieder in der Luft. Also schauen wir mal, was passiert und wie das da weitergeht. Also ich muss mal einfach mal gucken, ob die am Golf dann den A350 doch wieder bestellen, mehr bestellen. Und vielleicht gibt es ja auch andere Flugzeuge, die dann eine größere Version, der A350 Neo vielleicht. Vielleicht gibt es eine Neo-Version, noch eine gestrecktere Version. Es gibt ja einen Tausender, vielleicht gibt es dann den Tausend... Zweitausender? Ich weiß es nicht. Also mal gucken, was es da gibt. Aber man muss halt einfach gucken, ob die den Vertrag kündigen. Ich glaube, Alfa Boeing wird die versuchen zu halten, dass man da noch mehr Rabatte bekommt. Wer keine Rabatte mehr bekommt und wer auch in der Welt der Vielflieger eigentlich keine Rolle mehr spielt, sind die russischen Fluggesellschaften. Die S7 ist ja von der Sky Team schon suspendiert worden. Aeroflot ist heute auch suspendiert worden. Und wie es sich anhört, ist Sky Team und Aeroflot da zu der Übereinkunft gemeinsam gekommen. Das Statement von Sky Team sagt, dass man das Ganze zwar limitieren möchte von dem Einfluss auf die Passagiere mit den Benefits und den Dienstleistungen, aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass man keine Vorteile mehr bekommt, wenn man Aeroflot-Vielflieger ist. Oder umgekehrt, wenn man einen Sky Team-Status hat, kriegt man auch keinen bei, ganz genau bei Aeroflot. Andere Fluggesellschaften wären ja zum Beispiel Air France, KLM, Korean, Delta oder aber auch Aeromexiko, um einig zu nennen, und natürlich die berühmt berüchtigte ITER. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist einfach, ist das der S7 gegenüber fair? Die sind ja letzte Woche rausgeflogen. Okay, man nennt das suspendiert, aber mehr oder weniger ist es rausfliegen. Weil die S7 ist ein Privatunternehmen und die Aeroflot ist staatlich. Und man hat ja auch immer gesagt, dass der Aeroflot, war auch damals bei der Interflug übrigens so in der DDR, dass das der verlängerte Arm der Stasi oder in dem Fall das KGB, der ja heute FSB heißt. Also insofern, bei der Aeroflot macht es Sinn, aber macht es wirklich Sinn für die S7? Und da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, ob das fair ist. Aber da könnt ihr ja auch eure Meinung und eure Kommentare unten reinschreiben. Köln-Bolder Flughafen. Flughafen, der ja weniger gemocht wird als andere. Warum? Wegen der Launch-Situation, aber auch, weil der Flughafen, ja wie soll ich sagen, sehr viel an Prestige verloren hat. Aber es gibt eine Fluggesellschaft, die kommt wieder. Vom 20. Juni an fliegt die Ägäen wieder nach Köln-Bonn und zwar direkt von Athen. Und der Flug dauert ungefähr drei Stunden. Man startet um 13.10 Uhr, landet um 17.10 Uhr. Jetzt sagt ihr, oh da ist aber mehr. Ja, natürlich Zeitverschiebung, ja, daran denken. Und man hat ja schon bis 2014 den Flughafen angeflogen. Aber man sagt ganz einfach, dass das eine positive Optimierung und Ergänzung zum bestehenden Flugplan ist. Das sagt Thilo Schmidt, Präsident und CEO vom Köln-Bonner Flughafen. Ja, insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Vor allem, man kann ja weiterfliegen von Athen aus mit der Fluggesellschaft Ägäen auf die Inseln. Inselhopping kann man machen oder aber auch Beirut, Kairo, Tel Aviv sind alles Ziele, die möglich sind. Damit hat man halt von Köln-Bonn direkt wesentlich mehr Möglichkeiten. Auch das Fluggerät, was eingesetzt wird, ist in meinen Augen sehr schön. Das ist ein A320. Und für Leute, die in Köln-Bonn sind, ist der Ägäen-Status vielleicht so auch einfacher zu bekommen. Weil man kann direkt von Köln-Bonn aus, auch von Düsseldorf aus, kann man dann direkt dahin fliegen. Braucht dann also keinen Connecting Flight oder muss dann irgendwie sich positionieren, weiter nach Frankfurt oder wohin. Auch immer. Also insofern, denkt dran, wenn ihr den Status bei Ägäen haben wollt, vier Lecks auf Ägäen fliegen. Was haltet ihr davon? Meilen, Punkte, Status. Das ist das, wofür wir hier auch stehen. Und es gibt eine Aktion für 207 Euro bei Bota direkt. Da kann man 40.000 Payback-Punkte sammeln. Nein, halt, stopp, 40.000 muss man ja durchstreichen, weil die gesagt haben, es sind 20.000, das war ein Fehler. Ihr seht das ja an dem Screenshot. Da wurden 40.000 versprochen, aber die werden halt nicht gut geschrieben. Und lustigerweise sind in einigen Foren bei dem Angebot, was übrigens ein exzellentes Angebot ist, wenn man 20.000 sieht, aber mit 40.000 wäre das ja richtig pornös, ist es so, dass einige Leute angeschrieben worden sind, beziehungsweise sogar angerufen worden sind vom Burda Verlag und die haben gesagt, war ein Fehler, kriegt er nicht. Könnt natürlich stornieren, wenn er wollt. Logisch, kannst du stornieren. Aber einer unserer Zuschauer hat mir ein Schriftstück geschickt. Das würde ich euch gerne mal einblenden und vorlesen. Und zwar geht es da so, ich muss da kurz einmal auf den anderen. Hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Burda Direkt Zeitschriften Kiosk und Ihre anschließende Kontaktaufnahme. Ihrem Wunsch entsprechend haben wir die Gutschrift Ihrer 20.000 Punkte umgehend überprüft. Die über E-Commerce gesammelten Extrapunkte werden Ihnen drei Tage nach der Bestellung automatisch gut geschrieben. Da der Verbuchungszeitraum noch nicht abgelaufen ist, bitten wir Sie um ein wenig Geduld. Die Punkte Gutschrift erfolgt in kürzendrückwirkend zum Einkaufsdatum. Wir freuen uns, dass wir Ihnen Auskunft geben und Ihr Anliegen klären konnten. Mit freundlichen Grüßen, Katharina Sommer vom Payback Kundenservice. Also, ja, irgendwie klingt das nach 20.000 Punkten. Es wird Verwirrung geben, ich weiß es nicht. 20.000 Punkte hat er schon nach irgendeiner Auskunft gut geschrieben bekommen. Er meint, das klingt so. Was ist eure Meinung? Klingt das so nach 40.000 Punkten? Klingt das nach 20.000 Punkten? Ihr habt es selber gesehen. Was ist eure Meinung? Schreibt unten, kommentiert, lasst ein Like für die heutige Folge da. Und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, Glocke an. Und ich freue mich, wenn ich einige von euch morgen auf dem Stammtisch in Berlin persönlich begrüßen kann. Ich freue mich. Also, bis morgen und alles Gute. Bis dann. Ciao.